Jo Leute, ich hab mal eine Woche lang intensive Flugstunden bei Perry genommen und hier, habt ihr das Ergebnis? Ich bin noch nie den Heli geflogen, mal gucken, ob ich überhaupt einen Crash schaffe. Warum an Ego Perspektive einen Crash? Ne, wir machen einen Sat-Person-Crash. Nein! Nein, ich hab's verfehlt! Nein! Oh mein Gott. Jetzt gucke ich mir grad nochmal an. Der ist ja mal übertrieben Träger. Egal, das war ja kein, die können die mich nicht spannen theoretisch. Richtig. Ne, für den Versuch eigentlich nicht, ne? Ne, war kein Crash. Also ich kann, sollte jetzt nochmal per Zufall noch einen Chinook neben mir spawnen, ne? Ich weiß nicht, man könnte ja... Das war aber wirklich schön vor vier. Oh mein Gott, ey. Keine, die... Merkt man, dass ich sehr oft Helikopter fliege. Not. Hashtag Paris. Ich mag das. Neumal Report, please. Dummheit auf meinen, das läuft. Landingpon. in das, das ist ja nicht möglich. Und jetzt... Teufel.